Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen. Wie die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Also doch, doch, ständig auswählen können wir über alle Grenzübergangstellen der DDR zur BRD beziehungsweise zur Berlin-West erfolgen. Bitte? Also Genossen, mir ist jetzt hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das dritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.